Moin moin und dazu zu einem besonderen Teil, das ist jetzt kein Let's Play, das ist mehr gesagt ein Let's Show. Ich zeige euch heute mal Blade Symphony. Blade Symphony ist ein Third Person Arena PvP Game. Also in dem Game geht es wirklich nur um PvP. Ich werde euch jetzt erstmal hier ein bisschen das Training zeigen. Also will heißen, ich trete gegen KI-Leute an, um euch erstmal die Klassen vorzustellen, die Waffen und sowas alles. Und nachdem ich das fertig habe, mal ein kleines Päuschen kurz. Und dann gehe ich in den Arena-Kampf und zeige euch mal die richtige Action. Da werde ich dann meine favorisierte Klasse erstmal nehmen. Und dann werdet ihr sehen, wie die anderen Spieler alle kämpfen. Und ja, ich werde euch da auch gleich noch ein kleines bisschen denn erklären dazu. Allzu viel zu erklären gibt es nicht. Es ist halt wie gesagt nur ein PvP-Game, arenamäßig oder Free-for-All. Das heißt, auf einer Map kannst du rumlaufen, wie du lustig bist. Kannst eigentlich auch jeden angreifen. Kannst aber auch halt immer Duelle organisieren oder sowas. Da gibt es auch noch verschiedene Modi und verschiedene Maps und so. Ich sage mal so, es ist ein gutes Game. Es macht Spaß. Es geht, aber es ist nicht allzu viel zu erkunden. Aber es ist, soweit ich weiß, aber auch kein Beta mehr oder Alpha oder sonst irgendwas. Aber es ist, glaube ich, das fertige Game. So, wie gesagt, jetzt machen wir erstmal das Training. AI. Opponents. Opponents. Was auch immer. So. Ja, hier unten gibt es immer noch ein paar kleine Tipps, die ihr mal lesen könnt. So. Da geht es los. Das ist ja KI. Das ist jetzt natürlich nicht so anrufvoll. Weil es ist ja auch nur KI. Den Schwung, den ihr da seht, diese Kreise, diese Vierecke, das sind der, ähm, halt der normale Angriff, den du machen wirst. Jetzt sehe ich mal so. So. So sieht das dann aus. Und, äh, jeder, und dann seht ihr hier unten, ganz links, seht ihr Fast, Balanced und Heavy. Das sind die Angriffstaktionen, die man haben kann. Äh, das ist jetzt mal Fast. Das heißt, äh, halt schöne, schnelle Angriffe machen aber nicht so viel Schaden, wie ihr sehen könnt. Ja, ich weiß, ist ja auch nur KI, ne? So. Ähm, ja, dann gibt es Balanced. Der Unterschied ist hier, dass es ein wenig langsamer ist, aber halt auch mehr Schaden macht. Wie ihr sehen könnt. Kommt ganz gut, ne? So, und jetzt halt Heavy. Heavy ist halt das Langsamste, aber auch das Heftigste, wie gesagt. Wenn ihr da mal einen trifft, dann ist es meist schon so gut wie aus. Aber ihr seht, sehr langsamer Angriff, bis er fertig ist. Da, aber das seht ihr auch, guck mal, da. Drei Hits und der Typ ist weg. Heftig. Ähm, wie gesagt, es gibt drei. Diese Klasse hat nur Dreier-Kombo. Das heißt, drei Angriffe und dann geht, startet alles vom Vorhinein. So, zack. Und zack. Ihr seht vielleicht unten, wenn ihr euch unten links konzentriert, jetzt, jetzt mal bitte unten links konzentriert, dann seht ihr, dass das Koppel-System ist. So. Aber ich kann euch auch das zeigen. Das heißt, äh, Fast. Na, na, na gut. Warte mal. Ach, ich wollte euch das jetzt so nicht zeigen. So, jetzt mal unten links konzentrieren, dann zeige ich euch mal, wie man das kombiniert. Schnell und langsam und balanced und so weiter. So. Na. Habt ihr es gesehen da unten? Das zeigt halt, wie man die Kombos macht. Ich kann auch eine Sprungattacke machen. Und dann zwei kleine Angriffe noch. Dann seht ihr auch unten diese Kurve. Und das ist halt je nachdem, äh, wie viele Kombos ihr mit dieser Klasse machen könnt. So, das war es jetzt eigentlich auch schon in der Klasse. Ähm, ich kann jetzt mal kurz... Ich mach den jetzt nochmal ganz schnell fertig. Zack, 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 zack. Komm, hopp, 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 hopp. Keine Zeit. So, äh, hier ist jetzt das, ähm, Charakter-Design. Ja, ja, der greift mich jetzt nicht an, äh, der Gummiro. Äh, ja, es gibt verschiedene Masken. Kann man immer erst schon wieder freischalten. So. Hier zum Beispiel, das ist eine, äh, Steamwork. Also eine, ähm, Workshop-Maske. Äh, hier, es gibt hier ganz verschiedene Schwerter. Das sind jetzt alles Langschwerter erstmal. Ganz viele verschiedene Typen. Hier, Lichtschwert. Ähm, jetzt gehe ich mal auf die normalen Schwerter. Das ist jetzt hier ein Katana. Äh, da könnt ihr euch hier die Details angucken. Double Damage after Parry. Also das heißt, äh, wenn du jetzt mit dem anderen gleichzeitig angreifst, äh, und den parierst, den Schlag dadurch, hast du doppelten Schaden. Äh, äh, Nein, ihr könnt euch das ja mal kurz zu lesen. Also das ist, die Katanas sind halt, ähm, mehr, ähm, sie sind weniger auf, äh, Verteidigung angelegt. Ich glaube eher, das ist mehr so eine Konterwaffe. Ich habe sie noch nicht so benutzt. Aber ich kann jetzt... Ja, ja, ich weiß. Ja, komm. Ist aber auch scheiße, dass die das jetzt nicht stoppen. Das geht mir nämlich, du sagst, du wichst, du wichst. Ich habe mich so fett gemacht, halt die ganze Zeit. Ja, komm her, komm her. Sackgesicht. Ja, ich habe ein bisschen was eingesteckt, nach uns. Ah, komm. Zack, da hast du's. Ich weiß. So. Jetzt, wie gesagt, ach, jetzt habe ich diese komische Maske. Naja, egal. Ähm, jetzt das Katana. Also, ihr seht schon, großartig anders ist das halt nicht. Die Waffe ist halt nur ausschlaggebend, äh, wie du dein Kampfstil hast. Also, es ist, äh, weniger, ähm, dass du andere Kombos machen kannst. Es ist halt einfach nur, wie du den Kampfstil machst. Sag ich mal, das Katana gibt dir, ja zum Beispiel, bessere, ähm, Dings, äh, Angriffsstärke, weil du halt gut parieren kannst. Sag ich jetzt mal. Dann ist das halt, äh, eine sehr gute Waffe. Aber ansonsten ist das, ähm, Standard, äh, Großschwert, das ist die beste Waffe für Anfänger. Um das alles halt zu lernen, kann man ja, äh, mal wieder die Waffen wechseln, gucken, was man so mag. So. Jetzt gehen wir mal auf diese Klasse. Diese Klasse ist, äh, der Erklicks. Ach, komm. Da. Zack. Ja. Na, okay. Ah, wie gesagt, das ist immer ein bisschen komisch hier, dass du das nicht abbrechen kannst, bis sie auch nicht wirklich pausiert wird. Das finde ich ein wenig komisch, aber auch soll's. So, jetzt gehen wir auf eine andere Klasse, die ist ein wenig, äh, schneller als diese Klasse, hält aber auch weniger aus. So. Ähm. Also, äh, diese Klasse ist halt ein wenig schneller und mehr auch auf Fechten ausgewählt, wie ihr ja sehen könnt. So. Hier ist zum Beispiel eine, äh, was man jetzt anders sehen kann, eine Viererkomb. Das ist nicht so ausbalanciert wie der erste Teil. Äh, wie die erste Klasse. Ähm. Zum Beispiel hat's nur einen Heavy-Angriff, zwei Ballons und, äh, vier schnelle, schnelle Angriffe. Bei dieser Klasse, äh, nehmen die meisten Leute auch Degen, zum Beispiel, weil die halt, äh, sehr stark nach vorne ausgewählt ist, die Klasse. Und Degen machen nach vorne hin viel mehr, ähm, Schaden als alle anderen Waffen. Deswegen ist das, äh, wird das so gesehen OP genannt. Das ist klasse. Äh, äh, grapieren. Das kann ich jetzt jetzt mal schnell machen. Hier, da. Nehmen wir das mal. Ah, noch geklappt. Das haben wir auch gar nicht mehr auf der Klasse. Zeige ich euch das. Da seht ihr es, wie schnell der weg ist. Ich lasse ihn gleich nochmal ein bisschen näher rankommen, aber dann seht ihr das irgendwie besser. seht ihr das? Da, halb Schaden hier schon weg da. Naja, der Typ wartet jetzt, dass wir da hinkommen. seht ihr, das ist da gewesen. Was ihr da wartet, bis wir da hinkommen. So, jetzt ist hier die andere Klasse. Die, die zum Beispiel ist ein wenig, äh, na, na, komm. Äh, die ist ein bisschen der Sprungvariant. sehr schnell. Ja, komm. Ach, komm. Leck mich doch. Jaja, komm, mach schneller hier. Ich will den Typ aus dem Maul geben. Ich hasse ihn. Echt? Dass man das nicht stoppen kann. Es gibt jetzt so ein kleines bisschen auf den Kipps, dass dann immer halt dieses blöde Blaber von hier bei Juga drauf fließt, der dich halt niedermetzelt. So, diese Klasse ist extrem schnell ausbalanciert. Ihr seht es da, guckt mal ganz unten rechts, der hatte ein Sechster schneller kommt. Aber mit der Klasse komme ich auch, muss ich persönlich sagen, so gesehen, gar nicht zurecht. Die ist mir einfach ein bisschen zu schnell, dafür lege ich ganz schnell mal in die Richtung. Das ist ein bisschen Breakdown-Style, finde ich. Was ist das? So, haben wir so die Watch bei dem Zeitpunkt? Boah! Naja, natürlich nicht wirklich, trotzdem, mit der Klasse komme ich gar nicht zurecht, da wird es schwindelig, wenn ich dazu habe. Also, kämpfen geht schon irgendwie. Kommt drauf an, wer die Klasse steuert, sag ich mal. Aber ansonsten, um Gottes Willen, bitte nicht. Ich komme mit der Klasse echt einfach nicht klar. hier haben wir eine, das ist ideal. Also, ich komme mit der Klasse so gesehen. Mit dieser Klasse komme ich absolut nicht klar. Ich weiß nicht, mit der kann ich einfach nicht umgehen. Das ist mir ein bisschen zu schnell, vielleicht bin ich auch zu blöd. Kann auch sein. Ich meine, da, gegen den normalen KI-Dings kommt man an, Ist ja nur nichts. Jetzt nehmen wir mal die letzte Klasse und ich glaube, die nutzt dieses Schwert, also standardmäßig. Na toll, jetzt. Achso, letzter Kampf noch. Ah ja, weil ich einfach verloren habe, Ach, komm. Doch nicht eh. Jetzt komme ich jetzt schon mit den Kasten durcheinander. Drücke eh, obwohl ich schädigen wollte. Oh Gott. Ja, Ja, und haue ich dem anderen halt jetzt eine auf die Fresse, wenn ich mit der anderen Klasse komme. So, das ist jetzt eine auch sehr schnelle Klasse, aber die ist ein bisschen ausbalansender, wie ihr sehen könnt. Drei Fast, drei Balance und zwei Heavy. Also, die ist auch schnell, wie ihr sehen könnt, aber ist sie halt einfach nicht ausbalansender. Also, es ist unglaublich, dass sich diese Person nicht selber dabei schneidet. Fight! Ich komme mit den Klassen noch nicht so richtig klar, aber ich habe die auch noch nicht so ausprobiert. also, ich zeige die euch jetzt, ich war sogar so glatt, nur weil ich bin mit dieser ersten Klasse hier, die meinen Gegner hier jetzt wählt, bin ich wesentlich äh, trainierter. Sagen wir es einfach mal so. Und wie ihr sehen könnt, oh, der Typ nutzt die schwere, äh, Angriffe gerade. Oh, schnell. Ah, komm, 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 nein, ach, schade. Ach, da ist es weg. Naja, gut, egal. Äh, soviel zu den Klassen. Disconnect. Ja, es ist ein bisschen doof, dass es nicht anhält, wenn du deinen Charakter umändern willst. Sondern machen wir das halt mal so. Das ist eine sehr agile Klasse, aber ich finde, die ist noch wesentlich auswahlungsfähig als Liga. Also diese Klasse ist hauptsächlich echt auf schnelle Angriffe ausgelegt, auf, ähm, ja, den Gegner halt zu verwirren und einfach nur schnell in den Nahkampf zu gehen und den möglichst stark zu töten, äh, schnell zu töten. Äh, das ist halt wie gesagt mehr so diese, ich sag jetzt mal, Degen-Klasse, weil die halt sehr starke auch nach vorne Angriffe hat. Also stark, die auf den Gegner, ähm, Schwerpunkt hineinbeiten. Und diese Waffe ist mit die, ähm, ich glaub, vielleicht sogar einsteigerfreundlichste. Aber ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, weil andere sagten auch schon mal, dass man diese Klasse eigentlich eher nur wehen soll, wenn man weiß, was man tut und ich wusste nicht, was man tut und ich hab die trotzdem genommen. Und, äh, ich hab schon einige Leute besiegt, muss man jetzt wirklich so sagen. Es gibt ja auch eine sogenannte Global Rank-Liste, will heißen, äh, je nachdem, wie gut du bist, je nachdem steigst du auch den Ranken auf. Ich hab auch schon Level, also Rank 18, Leute im 18er Rank gesehen oder sowas. Also es ist echt heftig. Und die Leute haben echt was drauf. Also es ist... Man muss schon manchmal starke Nerven haben. So, jetzt gehen wir mal Play Online. Ist übrigens auch das Einzige, was du hier wirklich machen kannst, es sei denn von Training. Äh, Players. Ihr seht, jetzt sind nicht so viele Leute, also das Game ist nicht so stark, ähm, vertreten. Äh, wo ist die, wo ich sonst immer hingehe? Ja, gehen wir mal auf Duel Box hier. Acht von elf Leuten. Ist egal. Äh, Connect. So, das ist jetzt wie gesagt die sogenannte Duel Box. Es gibt drei Arenen und da treten halt immer die Leute halt in eine Hand. da haben wir es schon. Round 2. So, den Leuten gucken wir jetzt mal ganz kurz zu. Das sind jetzt zwei andere Leute. keine Ahnung welchen Rank die haben oder so. Wie sind denn die Namen? Bitte schon mal. Der Kampf kann halt schon echt schnell vorbei sein, also AP bin ich so. Da. Schon aus. So, wie gesagt, ich habe euch jetzt mal schnell die krassen gezeigt. Hier der Global Rank 420 und 381. Sie sind fast gleich auf, die beiden. Kann echt interessant werden, sowas auch einfach nochmal zuzusehen und allen auch den Kampf haben zu lernen. Wie gesagt, äh, der Arena-Kampf ist jetzt für die nächste Folge erstmal so angestimmt, weil ich werde dazu ein bisschen Musik spielen lassen, weil das Spiel einfach viel mehr Spaß macht. Es ist viel mehr dieses, boah, Kampfgefühl, sag ich mal. Deswegen werde ich jetzt hier gleich mal einen Cut machen. Ah, seht ihr? Das macht die Dame auch. Hat die mal einen Cut gesetzt. Und dann werde ich so für eine halbe Stunde ein bisschen in der Arena rumdaddeln mit der Musik und wenn die Musik vorbei ist, dann ist auch das Let's Play, äh, das Let's Show vorbei. Und dann war es das auch erstmal. Es sind zwei Folgen, die ich geplant habe. Solltet ihr mehr davon sehen, man könnt ihr mir das gerne in die, äh, Kommentare schreiben. Also das würde mich ein wenig auch überraschen, weil es ist jetzt nicht so viel, ich meine, ne, ich meine, es ist jetzt halt meist nur Arena-Kampf oder dieses, ähm, Free for All auf einer Map. Es ist jetzt nicht so großartig, ähm, dass es da große, ähm, ja, Vielfalt gibt. Es ist jetzt nicht Vielfalt, Leute, das sage ich euch jetzt schon. Es ist hauptsächlich wirklich das Spieler-gegen-Spieler-Kampf-Gefühl, was du hier hast. Es ist auch gut, die Kämpfe sind, äh, echt spannend, manchmal auch, kommt drauf an, welchen Gegner du hast. Und wie du persönlich auch reagierst, ne, wenn du zu blöd bist, so was mir öfter auch mal vorkommt, da ist der Kampf mal schnell vorbei und dann gehst du auch mal ein bisschen bis hinaus. Und das geht jetzt. Ein Angriff. Ein Angriff, und der Typ ist fast weg. So schnell geht das. Da, hat er gleich wieder aufgeholt. Das geht manchmal so schnell, kommt Kampfmann gar nicht. Das ist halt die unterschiedliche, ähm, Balance zwischen den Angriffstaktiken. Also zwischen fast, balanced und heavy. Kommt echt drauf an. So, wie gesagt, ich setze jetzt hier mal einen kleinen Cut und dann geht's in der nächsten Folge los mit ein wenig Arena Action. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.